Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft. Ich bin hier gerade wieder bei Serverware. Ich würfel mit den 8er Würfel. Ich habe eine 6. Warum ist unter der 6 ein Strich? Bei den 8er Würfel gibt es nur eine 6, keine 9. Na, egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frostwölfe. Da habe ich jetzt eine 6 Charaktere. Also würfel ich da mit einem 6er Würfel. Und was kriegen wir da raus? Eine 6. Der Schurke. Ich habe schon so oft mit den Schurken jetzt gespielt. Mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der Schurke. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. So, da bin ich wieder. Allerdings jetzt nicht in einer PvP-Runde, sondern in einer Instanz. Ich habe gerade schon mal wieder über eine Stunde auf einer PvP-Runde gewartet. Und es kam nichts. Ist halt Montag. Okay, jetzt ist schon Dienstag, nur über 40. Und irgendwie findet man montags nie so richtig eine PvP-Runde. Oh, der blabber ist auch schon. Nice, nice. Immer schön looten, damit ich meine Quest fertig kriege. Ich habe gar kein Gift drauf, sehe ich gerade. Mal schnell ändern. Können zwar auf Bedarf drücken, aber... Macht die ja. Bei einem Platz hätte ich auch noch frei. Und da ist auch noch die große Instanz. Ei, ei, ei. Geiler kommt gar nicht hinter. Geiler kommt gar nicht hinter. Ich kann doch nicht mal schlagen. Ich komm an, dann sind sie schon alle kaputt. Geiler kommt gar nicht. Egal. Und dass ich kein Lederer bin, sonst würde ich hier nicht weiterkommen. Weil hier kann man ja fast alles in der Instanz ledern. Okay. 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 2 und 2 schlangenwurz und das heißt so der zweite der erste linie so schnell haben wir gar nicht mitgekriegt dass er da war b ich bin nicht mehr wir müssen später ja die hoch muschinen Tänk hinterherlaufen da ist noch ein Boss die Schildkröte der Crash die noch nur was sie bald braucht müssen Händler mein Taschen bin langsam voll da ist noch ein Boss das 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 ich brauche noch Schlangenwurz Schlangenflaumen zwei Stücke noch Schlangenflaumen Wo ist der Pflaumen? Da ist er im Pflaumen. Oh, der letzte. Endlich meine Pflaumen fertig. Also kann ich mich jetzt drauf konzentrieren, hinterher zu laufen. Da muss man springen, nicht vergessen. Sonst fährt man da runter. Ich glaube damals war der Abstand ein bisschen größer, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ich mich auch gefahren habe, hätte ich auch so geschafft. Da ist jetzt der vorletzte Boss. Eigentlich sind das zwei, da ist einer und da ist der andere. Okay, der Handschuhe, sauberstab, alles was ich nicht brauche. Und der starb, brauche ich auch nicht. Hier vorne links im Hecken müsste auch noch einer sein. Wenn man jetzt hier hoch rennt, dann gleich links. Ach, die wollen erstmal die Quest abgeben. Stimmt. Quest abgeben und dann rennt er nach vorne. Ich muss erst noch schnell die Quest abgeben. 710 Silber. Oh, das ist überall besser. Neventar voll? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Nur noch ein Level Up. Ja. Gute Stufe 20. Ich denke, da ist er. 3 Levels ab. Levels ab. Levels ab. Levels ab. Levels ab. Levels ab. Keine Ahnung. Aber ich weiß dass ich gleich ins Bett gehe. Aber erstmal will ich noch, das zusammenschneiden. Also sprich, das Gewürfe, das Gewürfe, das gewürfe, mit welchem Spiel. Und dann halte ich hier die Instanz. auch noch so eine Stunde bis es fertig ist und dann noch mal eine Stunde hochladen dann müssen wir für drei Uhr schlafen gehen und damit aufstehen und wieder arbeiten und gleich von rechts und von links drei solche Schleimbolzen und dann so ein Moloch von Rosa nur von rechts schlangen von der einen Seite jetzt kommt der Moloch unsichtbar machen oh wir haben sie auch noch mal Level Up gekriegt so so das war die Runde oder die großen schnelle Instanz von W.O.W. das war Höllenschlund äh Wegekreuz die Höhlen des Wehklangs ok dann würde ich mal sagen wir sehen uns morgen wieder bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen oder bis nachher tschüss tschüss und bis dann bis dann üss